Ja, sorry, das war gemein, aber die Zeit war um. Deswegen lassen wir jetzt das Spiel mal weiterlaufen und die Zwerge greifen nicht an. Warum greifen die Zwerge nicht an? Oh, habe ich nicht Enter gedrückt? Das kann natürlich sein. Also Killbefehl, Rectangle, alles auswählen und Enter drücken. Ja, jetzt steht da oben Kill, Blins. Okay, durchatmen, töten lassen. Ja, grö, grö, töten, töten, grö und töten. Wie geil, also die ganze Meute Zwerge stürmt hier den Gang lang. Die Goblins, wow, wir machen auch einen Angriff und stürmen einfach mitten in die nächsten Falle rein. Den Gesichtsausdruck von denen hätte ich ganz gerne gesehen. So, jetzt ist nur noch ein einziger Goblin da und der wird von allen Seiten totgeprügelt. Da ist unser Goblin und er hat schon, also grau war jetzt wirklich abgetrennt, ne? Rechter obere Arm abgetrennt, rechter untere Arm abgetrennt, linker untere Arm abgetrennt, rechter Hand abgetrennt, linke Hand abgetrennt. Also er hat nur noch einen linken Oberarm, sonst sind die Arme weg. So, zack, und das war's schon. Ja, dann O-Kill-Befehl aufheben. M-Leute aus dem Bunker rausschicken. Und Goblins einsammeln. Das war doch mal cool. Achso, ich sollte mal prüfen, ob einer von unseren Jungs Wunden davon getragen hat. Aber nö, wäre auch komisch gewesen. Der Goblin hatte ja gar keine Zeit anzugreifen. Und die Goblin in den Käfigen wurden anscheinend ignoriert. Also können wir das jetzt jedes Mal wieder mit diesem Rectangle machen, mit dieser Auswahl. Das ist ja schon recht praktisch. So, jetzt sollten wir möglichst schnell die Zwerge kommen und neue Käfige setzen. Denn so ein Ambush kommt auch manchmal gerne im 2er, 3er oder 15er Pack. Okay, 15 ist übertrieben, aber 2, 3 können es schon manchmal sein. Und dann würden sie durch unsere ganze Verteidigung durchrennen. Okay, einen Trupp könnten wir noch in die Fallen locken, aber danach wird's brenzlig. So, was liegt hier noch auf dem Boden rum? Lauter Goblinsachen. So. Und die neuen Käfige werden gebracht. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt Handel treiben? Nein, Gerogon ist immer noch in einem Meeting. Mit dem Liaison der Zwerge. Das dauert mir auch echt zu lange. Dabei hat er schon recht hohe Skills und hat sonst nichts zu tun. Da muss man übrigens auch drauf achten. Der Zwerg, der die Meetings macht, also meistens der Lord, der sollte keine anderen Aufgaben währenddessen machen. Denn wenn er währenddessen arbeitet, geht das Meeting zwar weiter, aber wesentlich langsamer. So. Also, die Zwerge hätten gerne nächstes Jahr von uns... Lauter Sachen, die wir nicht unbedingt herstellen. Doch, Toys. Toys haben sie sehr hoch. Okay? Das heißt, wir stellen keine Instrumente mehr her. Wir stellen nur noch Toys her. Wenn wir denn irgendwann mal Steine überhaben. Und kommt jetzt bitte, bitte Gerogon. Warum reden die immer noch? Die haben jetzt ja schon gesagt, was der eine will und was der andere will. Und Gerogon, wo bist du? Er macht Pause. Mann! Dieser Zwerge. Na gut, können wir nicht ändern. Und wo läufst du jetzt schon wieder hin? Genau du. Ach, das ist der Zwergenliaison. Na gut, der darf weggehen. Ist okay. Solange die Karawane nicht weggeht, ist alles gut. Wenn die jetzt abhauen würde, würde ich richtig durchdrehen. Dann baue ich irgendeine Falle und lass Gerogon sterben. Manage Work Orders. Nee, das machst du jetzt nicht. Wie kann ich ihn davon abhalten, die Aufgaben abzustempeln? Okay, es wird nur ein Stempel sein. Das geht hoffentlich schnell. Gerogon, wo bist du? Ah, Kullit und die umgebenden Ländereien wurden zu einer Baronei gemacht. Und ich weiß nicht, ob es Baronei heißt, aber würde Sinn machen. Weil Gerogon ist jetzt ein Baron und ihm gehören die umgebenden Länder. Und ich glaube, das dicke Ding da in der Mitte, also nicht der Jack, auch nicht der Händler, sondern das da, das ist jetzt Gerogon in seinem Prachtgewand, weil er halt ein Baron ist. Hat er ein neues Symbol bekommen. So, und jetzt können wir auch endlich tauschen. Das wurde ja mal richtig Zeit. So, Gold wollen wir nicht. Wir wollen Charcoal. Wir wollen Stahl und Bronze. Noch mehr Stahl und noch mehr Bronze und noch mehr Kohle, noch mehr Kohle, 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 Bronze, Stahl, Eisen, sehr schön. Das war es aber auch schon Metall. Glas hatten wir, glaube ich, schon einmal eingekauft. Und hier fängt das Holz an. Und hier hört das Holz schon wieder auf. Das ist doch ärgerlich. Habt ihr denn noch irgendwas Interessantes dabei? Sachen zum Einschmelzen. Ah, davon haben wir langsam genug. Stahlsachen? Nee. Obwohl, 300 ist okay. Wir wollen ja eh unser ganzes Zeug loswerden. Und allein die Türen und Falltüren und Tische und so weiter bringen ja schon genug für drei Sachen zum Einschmelzen. Also passt das. Noch irgendwo was aus Stahl, was nicht 2000 kostet. Oder 600. Oh, noch ein Hundekäfig. Käfige kann man nie genug haben. So, noch mehr Hunde. Noch mehr Hunde. Ein Hahn. Ich glaube, die nehme ich auch noch mal mit, damit wir mehr Eier bekommen. Oder nee, das ist falsch. Man bekommt nicht mehr Eier, wenn man mehr Hähne hat. Aber durch die Hähne können die halt befruchtet werden und schlüpfen dann. Zwergen oben nehmen wir auch noch mit. Barrels können auch nicht schaden. So, jetzt müssen wir von unserer Seite ein bisschen was draufpacken. Und zwar erstmal die Sachen, die am wenigsten wert sind. Das hatte ich ja schon mal erklärt. Dadurch sparen wir halt ein bisschen Platz. Und vereinfache uns die nächsten Tauschgeschäfte. So, da müssen wir ganz schön gut was reinschmeißen in die Waagschale. Aber dafür dürften sie jetzt nichts mehr allzu teures haben zum Tauschen. Also was ich jetzt noch von ihnen ertauschen werde, ist das Essen. Das ist hier alles unten. Also die Fische, das Fleisch und Kräuter, Beeren und so weiter. Und was haben die unten noch? Käse. Ja, stimmt, den Käse auch noch. Aber der kostet nicht viel. So. Gucken wir mal. Alkohol lasse ich jetzt erstmal. Oh, Waffen. Ein Stahlspeer. Nein. Ein Stahlkriegshammer. Den gucke ich mir nochmal genauer an. Description. Dies ist ein Stahlkriegshammer von überragender Qualität. Es ist keine meisterhafte Qualität. Meisterhaft, dann wäre es gleich eine wesentlich bessere Waffe. Alles darunter ist, glaube ich, gleich gut. Bin ich mir aber nicht sicher. Es ist umringt durch Wellcraftes Opossum-Knochen. Und hat ein Bild von Tower Caps. Das sind diese Pilzbäume. In Pferdeknochen. Ja, nee. Eigentlich wollte ich ja so einen richtig schönen Hammer für unseren Hammerzwerg haben. Aber das sollte dann schon meisterhafte Qualität sein. Dass er dann auch gleich mehr Schaden macht. So, was haben wir noch? Bronze, Bronze. Ich hätte gerne Stahlwaffen. Stahlwaffen. Steel Battle Axe. 1000. Oh, nee. Machen wir lieber selber. Ganz schön happig die Preise. Oh, stimmt. Das Leder kommt auch noch. Und Schilder vielleicht noch. Steel Cap. Oh, es kostet nicht viel. Steel Helm kann auch mit. Das ist mir zu teuer. Steel. Left Counted. Right Counted. Ist auch okay. Müssen wir wieder bei uns was in die Waagschale schmeißen. Und ich glaube, wir sollten langsam anfangen, auch teurere Sachen mit reinzupacken. Sonst wird das nichts. Na, wir sind jetzt bei... Wie viel Prozent Profit? 20? Aha. Mehr rein. Die soll ja auch glücklich sein. Denn wir wollen ja von der Baronei aufsteigen, sodass ich nächst höhere. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, was das war. Also vom Titel her. So. Es kommt auch noch alles mit. Goodie. Habt ihr noch Leder für uns? Ich hätte gerne kistenweise Hundleder. Pigtail. Können wir einmal kaufen. Zweimal kaufen. Und hier ist lauter Leder. Aber das ist kein Hundleder. Da ist unser Hundleder. Die Karawanen gucken übrigens auch, was man eigentlich gebrauchen kann. Und bringen das dann an. Auch wenn man es nicht bestellt hat. Genauso wie die Einwanderer. Die Einwanderer haben, laut Wiki jedenfalls, meistens die Skills, die man in der Festung selbst nicht hat. Um die Festung halt zu ergänzen. Das kann ich so nicht bestätigen. Aber soll wohl möglich sein. So. Stahlbolzen. 5.000 Zwergendollar. Nein, danke. Wir müssen es ja nicht übertreiben. So. Hier kommt das Essen wieder. Also ich sollte erstmal gucken, wie viele Seiten das sind. Es sind sehr viele Seiten. Und ganz viele Plump Helmets. Ähm, okay. Na gut, gucken wir besser, was sie noch so haben. Und dann werde ich gleich die ganze Essenstour da auf Kamera machen. So, Fiber Thread kann alles noch mit. Das ist alles Training für unseren Stoffzwerg. Garn kann auch mit. Oh. Hier ist noch Rüstung. Aber keine, die wir unbedingt haben wollen. Also Bronze Grease wären zwar schon okay. Aber eigentlich wird das ja alles aus Stahl haben. Ich sollte echt mich unbedingt dran machen, in den nächsten Folgen auch die ganzen Rüstungen mal zu produzieren. Denn es bringt nichts, wenn wir unbedingt immer Stahlsachen tragen wollen, aber nichts haben. Und unsere Zwerge dann sterben, weil ich mir zu edel bin, Bronze-Sachen anzuziehen. So, hier ist noch der Käse. Den können wir auch schon mal. Wie viele Seiten ist der Käse? Ach, nur zwei. Okay. Das nehmen wir noch mit. Dann werde ich gleich ganz viel auf unsere Seite mit dazu packen müssen. Und ich sollte auch darauf achten, dass ich die Sachen, die ich eigentlich loswerden wollte, also wirklich nur, weil sie weg sollten und nicht, weil sie was wert sind, dass ich die auch noch mit reinnehme. Hier kann ich mal ganz kurz suchen. Müsste ja eigentlich recht offensichtlich sein, weil es in keiner Kiste ist. Aber... Nö, finde ich nicht. Aber was ich gefunden habe, ist, dass wir tierisch viel Zeug haben. Also selbst wenn ich jetzt nur den ganzen kleinen Kram nehme, hätten wir genug, um das auszugleichen. Das ist doch schön. Ich hoffe einfach mal, dass sie in den nächsten Jahren die Karawanen ein bisschen größer werden und auch ein bisschen mehr liefern. Also gerade was Holz, Kohle und Stahl angeht. Ah, und da ist unsere Hedgecover. Sehr schön. So, haben wir noch irgendwo ein bisschen billig Zeug? Das ist Zeug von Goblins, das können wir auch verkaufen. Und die Sachen sind grau, weil sie halt nicht zu unserem Export hinzuzählen. Hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, aber kann ja nicht schaden, das zu wiederholen. Denn je mehr Sachen wir exportieren und importieren, desto höher werden unsere dementsprechenden Zahlen. Und an den Zahlen hängt es ab, ob wir eine Invasion bekommen, ob wir Titanen bekommen, Bestien und all dergleichen. Also wie gefährlich das Spiel für uns wird. Deswegen kann man sich theoretisch darauf beschenken, nur die grauen Sachen zu vertauschen, wenn man halt noch nicht vorbereitet ist für Titanen. Aber ich nehme einfach mal an, dass wir das inzwischen schon sind. Allein durch die Fallen, weil manche Titanen laufen da einfach so rein. Das war's dann mit denen. Und sonst bunkern wir uns halt ein. Das sind alles nur Herausforderungen, da machst du das Spiel nicht wirklich schwer. Was das Spiel schwer macht, sind eigentlich die Kleinigkeiten, die man übersieht. Aber gut. So, hier unten ist sonst nichts mehr. Na gut, dann mache ich jetzt einen kleinen Cut. Werd dann die 5.000, 6.000, 7.000 Seiten an Essen und Pilzen hier auswählen und dann den Handel zu Ende machen. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Also bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.